Augen-Vitamin-Vergleich Die besten Vitamine für die Augen im Überblick Augen-Vitamin-Kaufberatung So wählen Sie das richtige Produkt aus dem Augen-Vitamin-Test. Willkommen bei Bewertungen, Ratschlägen und Tipps. Ich habe diese Bewertung basierend auf meiner persönlichen Forschung und Meinung. Ich versuchte sie basierend auf ihrem Preis, Qualität und mehr. Wenn Ihre Sehkraft nachlässt, muss dies nicht immer ein Anzeichen für eine krankheitsbedingte Sehschwäche sein. Oftmals lassen sich diese Probleme durch einen Mangel an bestimmten Nährstoffen erklären. Mit speziellen Augen-Vitaminen verhelfen sie ihrem Sehorgan zu neuer Stärke und halten ihr Auge auch in Zukunft gesund. Verschiedene Tests im Internet fokussieren sich auf Augen-Vitamine, die aus hochwertigen Vitalstoffen wie Vitamin A und Beta-Carotin bestehen. Finden Sie in unserer Vitamine Vergleich für Ihre Augen, die sich in Form von Kapseln oder Tropfen besonders leicht einnehmen lassen. Lutein spielt beim Schutz der Augen eine wichtige Rolle. Wenn sich Ihre Sehkraft verschlechtert, können Augen-Vitamine eine ideale Ergänzung zu einer ausgewogenen Ernährung sein. Auch der Wirkstoff C-Axantin wirkt im Auge wie eine Schutzbrille. Mais und grüne Bohnen enthalten besonders viel davon. Zusätzlich können Sie mit Augen-Vitaminen Ihre Sehzellen stärken. Eine regelmäßige Zufuhr von Augen-Vitaminen sorgt dafür, dass Schädigungen der Zelle durch freie Radikale in Ihrem Auge verhindert werden. Dennoch sollten Sie regelmäßige Präventivtermine bei Ihrem Augenarzt wahrnehmen. Wenn Sie merken, dass sich Ihre Augen und auch Ihre Sehkraft verschlechtern, kann dies unter anderem ein Anzeichen von Vitaminmangel sein. Wenn aus ärztlicher Sicht Krankheiten ausgeschlossen werden können, sind Nahrungsergänzungsmittel in Form von Augen-Vitaminen sehr sinnvoll. Egal ob Augen-Vitamine als Tropfen, Tabletten oder Kapseln die richtige Ernährung in Kombination mit Augen-Vitaminen kann helfen, die Sehkraft Ihrer Augen zu erhalten. In unserem Augen-Vitamine-Vergleich betrachten wir die Herstellerangaben verschiedener Präparate, welche die Gesundheit Ihrer Augen schützen können. Anhand verschiedener Kategorien, wie Darreichungsform oder Vitalstoffe, unterteilen wir die Augen-Vitamine in unterschiedliche Typen. Zudem finden Sie in unserem Ratgeber eine große Bandbreite an zusätzlichen Informationen sowie hilfreichen Tipps, die mit einer umfassenden Kaufberatung im stationären Handel gleichzusetzen sind. Sind Augen-Vitamine die ideale Ergänzung zu einer ausgewogenen Ernährung? Mit der richtigen Ernährung können Sie Ihre Sehkraft verbessern. Reicht Ihre tägliche Zufuhr an Nährstoffen nicht aus oder können Sie aus bestimmten Gründen einige Lebensmittel nicht zu sich nehmen, sind Nahrungsergänzungsmittel eine nennenswerte Lösung, um Ihren Körper mit den notwendigen Nährstoffen zu versorgen. Augen-Vitamine bieten ein umfangreiches Spektrum an Nährstoffen, sodass Sie Ihre Augen nicht nur vor freien Radikalen schützen können, sondern Ihr Sehorgan durch die wertvollen Vitalstoffe zusätzlich gesund halten. Augen-Vitamine stärken Ihr Sehorgan. Augen-Vitamine sorgen nicht nur für einen besonderen Schutz Ihrer Augen, sondern zusätzlich auch für eine bessere Funktion. Wenn Sie bei sich Probleme bemerken, wie Augenbrennen, Sehschwäche oder sogar eine Sehstörung, können Augen-Vitamine effektiv helfen. Zudem sind Augen-Vitamine auch bei trockenen Augen zu empfehlen und verhelfen Ihnen in kürzester Zeit zu einem angenehmeren Gefühl. Stellen Sie Probleme an Ihrem Sehorgan oder Ihrer Sehstärke fest, suchen Sie auf jeden Fall einen Arzt auf. Sollte tatsächlich eine Erkrankung des Auges vorliegen, sind Augen-Vitamine nicht die richtige Wahl. Das Nahrungsergänzungsmittel ist kein Medikament und lediglich bei einer Überbelastung des Auges zu empfehlen. Augen-Vitamine wirken im gesamten Auge. Augen-Vitamine wirken nicht nur an einer bestimmten Stelle in Ihrem Auge, sondern in der gesamten Struktur. Hiervon sind diese Partien betroffen, Netzhaut, Linse, Hornhaut, Glaskörper, Sehnerv, Kamerwinkel. Aber die wertvollen Vitalstoffe der Augen-Vitamine entfalten ihre Wirkung nicht nur im Auge. Das Nahrungsergänzungsmittel hat positive Auswirkungen auf alle Gefäße in Ihrem Körper, sobald die Mängel im Auge ausgeglichen sind. Augen-Vitamine sind keine Arzneimittel. In der Regel gehören Augen-Vitamine zu den Nahrungsergänzungsmitteln und nicht zu den Arzneimitteln. Grundsätzlich dienen Arzneimittel dazu, bestimmte Erkrankungen, wie eine Makuladegeneration, zu lindern, zu heilen oder zu beeinflussen. Nahrungsergänzungsmittel hingegen werden als Unterstützung zur täglichen Ernährung eingenommen. Welche Kaufkriterien sind für Augen-Vitamine entscheidend? Wenn Sie Ihrer Gesundheit etwas Gutes tun und Augen-Vitamine kaufen möchten, sollten Sie für eine optimale Versorgung an wertvollen Vitalstoffen auf drei wichtige Aspekte achten. Denn was bringt Ihnen ein Nahrungsergänzungsmittel, welches sich in Ihrem Körper nicht richtig entfalten kann? Diese drei Kriterien sollten Sie beim Kauf von Augen-Vitaminen beachten, Inhaltsstoffe, Dosis, Einnahme. Vitamin A sorgt für eine starke Sehkraft. Der Name lässt es schon vermuten, die besten Augen-Vitamine sollten vor allem aus Vitaminen und wertvollen Vitalstoffen wie beispielsweise Ginkgo Bilbo oder Lutein bestehen, die Ihren Augen die nötigen Nährstoffe geben und Krankheiten aufhalten oder Ihr Auge regenerieren können. Vor allem Beta-Carotin, was eine Vorstufe des Vitamins A ist, ist für ein hochwertiges Nahrungsergänzungsmittel für das Auge unerlässlich. Vitamin A ist entscheidend für Ihre Sehkraft. Mit Augen-Vitaminen, die Vitamin A und Beta-Carotin enthalten, wirken Sie aktiv einer nachlassenden Sehkraft entgegen. Augen-Vitamine bei grünem Star Der grüne Star ist eine Augenerkrankung mit einem erhöhten Augeninnendruck, die den Sehnerv schädigen und das Sehvermögen dauerhaft einschränken kann. Augen-Vitamine bei einem Glaukom können die Durchblutung des Auges verbessern und den Augeninnendruck senken. Ein medizinisches Heilmittel sind Sie jedoch nicht. Weniger als zwei Tabletten oder Kapseln am Tag sind ausreichend. Wenn Sie Ihre Sehkraft und die Gesundheit Ihres Auges schützen möchten, müssen Sie keine Handvoll Augen-Vitamine am Tag zu sich nehmen. Die meisten Präparate sind ausreichend hoch dosiert und entfalten ihre Wirkung bereits bei der Einnahme von ein bis zwei Tabletten oder Kapseln am Tag. Für eine optimale Wirkung ist es wichtig, dass Sie die Augen-Vitamine über einen längeren Zeitraum regelmäßig zu sich nehmen. Sollten Sie die Einnahme von Tabletten generell hin und wieder vergessen, empfehlen wir Ihnen, dass Sie die Augen-Vitamine direkt morgens zum Frühstück einnehmen. So haben Sie den restlichen Tag den Kopf für andere Dinge frei. Augen-Vitamine als Tropfen lassen sich perfekt ins Müsli geben. Wie alle Nahrungsergänzungsmittel gibt es auch Augen-Vitamine in den verschiedensten Formen. Der Klassiker sind Kapseln, die sich dank des glatten Überzugs oftmals sehr einfach einnehmen lassen. Auch Tabletten finden sich unter den Augen-Vitaminen, die sich unzerkaut mit einem Glas Wasser vor einer Mahlzeit gut anwenden lassen. Augen-Vitamine als Tropfen sind noch nicht sehr präsent, aber bei Ihnen äußerst beliebt. Die flüssige Form dieses Nahrungsergänzungsmittels können Sie pur einnehmen oder in Ihr Müsli einrühren. Auch in Milch oder einem Joghurt lassen sich die Tropfen unterbringen. Wir empfehlen Ihnen Augen-Vitamine als Tropfen, wenn Sie Probleme beim Schlucken von Tabletten oder Kapseln haben. Ebenso sind diese Augen-Vitamine ideal für Kinder geeignet, da diese einfach in den Lieblings-Joghurt gemischt werden können. Welche Vitamine sind für die Augen wichtig? Wenn Sie sich ausgewogen ernähren, ist Ihr Körper in der Regel mit allen wichtigen Nährstoffen versorgt. Dennoch ist dies nicht immer möglich. Wenn Sie Ihre Sehkraft zusätzlich mit Augen-Vitaminen unterstützen möchten, ist die richtige Dosierung und natürlich auch die passende Zusammensetzung der Wirkstoffe enorm wichtig. Im Folgenden finden Sie einen kleinen Überblick über die sechs wichtigsten Vitalstoffe für Ihre Augen. Vitamin C, bindet freie Radikale, reduziert oxidativen Stress, stärkt die feinen Blutgefäße im Auge. Nahrungsmittel, Kiwis, Citrusfrüchte, Paprika, schwarze Johannisbeeren, Weißkohl, und Brokkoli. Vitamin E, antioxidative Wirkung, schützt die Zellen im Auge vor energiereichen Sauerstoffmolekülen. Nahrungsmittel, Soja, Spargel, Nüsse, und Pflanzenöl. Vitamin A, plus unterstützt die Bildung von Augenflüssigkeit, verhindert die Entstehung von grauem Starr. Ein Mangel an Vitamin A führt zu erhöhter Blendempfindlichkeit, Seemahengel, Nachtblindheit. Nahrungsmittel, Süßkartoffel, Ei, Gouda, Spinat, Grünkohl, und Karotten. Beta-Carotin, fängt freie Radiale ab, beugt eine Austrocknung des Auges vor. Nahrungsmittel, Paprika, Karotten, rote Beete, und Aprikosen. Glutin und C-Axantin, filtern kurzwelliges Licht, schützen das Auge vor einer altersbedingten Makuladegeneration, und binden freie Radikale. Nahrungsmittel, Spinat, Petersilie, Grünkohl, grüne Bohnen, und Mais. Viele dieser Vitalstoffe lassen sich über die Nahrung aufnehmen, wenn ihnen dies nicht möglich sein sollte, sind Augenvitamine ideal, um ihr Sehorgan dennoch mit den notwendigen Nährstoffen versorgen zu können. Anhand der Aufzählung können Sie erkennen, dass vor allem ein Mangel an Vitamin A zu erheblichen negativen Erscheinungen wie einer erhöhten Blendempfindlichkeit oder sogar zu einer Sehschwäche führen kann. Wir empfehlen Ihnen daher immer darauf zu achten, dass die jeweiligen Augenvitamine die nötigen Nährstoffe besitzen, damit Ihre Augen optimal versorgt sind. Achten Sie vor allem auf Vitamin A. Die wichtigsten Hersteller für Augenvitamine im Überblick, auf dem Markt tummeln sich allerhand Marken und Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln, die mit unterschiedlichen Vorzügen punkten. Augenvitamine, die Sie bei Amazon bekommen, sind teilweise etwas günstiger als im stationären Handel. Andere Augenvitamine weisen Bio-Qualität auf, sind hoch dosiert oder frei von Tierversuchen. Gängige Augenvitamin-Tests im Internet nehmen die verschiedensten Präparate unter die Lupe. Die Stiftung Warentest hat bislang noch keinen Augenvitamin-Test in ihrem Katalog. Nicht nur ein potenzieller Augenvitamin-Testsieger erfreut sich großer Beliebtheit. Auch diese Marken und Hersteller haben sich bei Ihnen etabliert, FairVital, Otomol, Salus, Vitalux, Abtei. Zusammengefasst sollten Sie darauf achten, dass die Augenvitamine Sie mit den richtigen Vitalstoffen versorgen und zu Ihrem Bedürfnis passen. Nicht jedes Präparat aus gängigen Augenvitamin-Tests im Internet ist auch für jedes Auge geeignet. Für eine starke Sehkraft ist zum Beispiel Vitamin A besonders wichtig. Sollte dies Ihr Anliegen sein, sind Augenvitamine mit diesem Vitalstoff unerlässlich. Ob Sie nun aber zu einem Nahrungsergänzungsmittel für Ihre Augen in Form von Tropfen, Tabletten oder Kapseln greifen, hängt von Ihrer persönlichen Vorliebe ab. Wenn Sie Schwierigkeiten beim Schlucken von Kapseln haben, empfehlen wir Tropfen oder Tabletten, die etwas leichter zu konsumieren sind. Was sind Augenvitamine? Augenvitamine sind ein Nahrungsergänzungsmittel, welches hilft, Ihre Sehkraft zu erhalten und Ihre Augen vor schädlichen Umwelteinflüssen zu schützen. Zudem sorgen die wertvollen Vitalstoffe für eine lange Gesundheit Ihrer Sehorgane. Wichtig, Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene Ernährung. Sie dienen lediglich zur Unterstützung und sollten niemals als einzige Quelle für die Zufuhr von Vitaminen und Vitalstoffen genutzt werden. Was bringen Augenvitamine? Die Einnahme von Augenvitaminen führt dazu, dass Freiradikale in Ihrem Auge antioxidativ abgefangen werden. Dadurch lassen sich Zellschädigungen an Ihrem Sehorgan vermeiden. Durch eine zu intensive Lichteinstrahlung können Schäden am Auge entstehen. Vitamine für die Augen stärken Ihr Immunsystem und können einen Mangel an Augenschützenden Nährstoffen ausgleichen. Welche Hersteller sind mit Ihren Produkten im Augenvitamine-Vergleich vertreten? Im Augenvitamine-Vergleich sind die unterschiedlichsten Hersteller vertreten, um einen möglichst breiten Überblick zu garantieren. Finden Sie hier Augenvitamine von bekannten Marken. Wie Biomintar, Abtai, Viado, Tetisept, Doppelherz, Green Food, Vega Vero, Luondu, Scheunengutz, Kräuterhaus St. Bernhard, Effective Nature, Nayoli Health, GSE Biologischen Nahrung, FairVital, Green Officine, Nutravita, Naturline, Vita B. Wie teuer können die Augenvitamine werden werden? Wenn Geld keine Rolle spielt, können Sie für hervorragende Augenvitamine bis zu 44,95 Euro ausgeben. In unserem Vergleich präsentieren wir Ihnen neben solchen Qualitätsprodukten aber auch günstigere Alternativen ab 4,47 Euro. Welches Augenvitamin vereint die meisten Kundenrezensionen unter sich? Von den vorgestellten Augenvitamin-Modellen vereint das Nutravita Natural Eye Complex die meisten Kundenrezensionen unter sich. Bisher haben sich 1194 Käufer dazu geäußert. Welchem Augenvitamin wurde von Kunden die beste Bewertung verliehen? Kunden gefiel ganz besonders das Green Food Vitamin A Augenvitamin. Sie zeichneten das Augenvitamin mit 4,5 von 5 Sternen aus. Hat sich ein Augenvitamin besonders hervorgetan und sich damit die Spitzennote sehr gut verdient? Gleich 10 Augenvitamine haben sich die Spitzennote sehr gut verdient. Unter den 19 vorgestellten Modellen haben sich diese 10 besonders positiv hervorgetan. Biomintar Augenvitamine, Abtei-Ei Vital Tag und Nacht. Biado Augenvitamine Sehkraft Komplex, TT-Sept Augen und Sehkraft, Doppelherzsystem Augen Plus, Green Food Vitamin A Augenvitamin, Vega Vero Willen Care, Luondo Vitamin A Tropfen, Scheunengut Adler Auge Augenvitamine und Kräuterhaus St. Bernhard Vitamin A. Welche Augenvitamin-Modelle berücksichtigt im Augenvitamine-Vergleich? Nach welchen weiteren Produktkategorien suchten Kunden, die sich für Augenvitamine interessieren, noch? Kunden, die sich für die Augenvitamine interessieren, suchten außerdem häufig nach Okuvitelutein Plus, Vitamin für Augen und Vitamin für die Augen. Sollten Sie Sicherheitsbedenken haben, kontaktieren Sie bitte den Hersteller oder lesen Sie die Anleitungen genau. Die Angaben in unserem Video können eine Beratung von fachkundiger Seite, wie Arzt, Apotheker oder medizinischer Fachkraft, nicht ersetzen. Bei Fragen zu Risiken, Nebenwirkungen oder Verträglichkeit, Einnahmehinweisen und oder Dosierung wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker. Wenn Sie den Preis sehen und mehr über die besten Angebote erfahren möchten, finden Sie unten im Videobeschreibung alle Links. Sie werden weitergeleitet. Sind Sie begeistert? Ich freue mich sehr über ein Like und ein Abo.